...überkampf da reinzukommen und dann haben wir im vierten Satz dann auch diesen Flow genutzt und das durchgezogen. Vielleicht war so ein Sinnbild für diese Entwicklung im Spiel ja auch Jolene Knollemar, die ja ins Wackeln gekommen ist, die ins Wanken gekommen ist. Es machte auch so einen Eindruck, als ob ich ein bisschen...